Liebe Beachvolleyball-Community Österreichs, herzlich willkommen hier aus dem WinToday Studio. Ich habe hier neben mir die zwei frischgebackenen Siegerinnen des Future-Badens, Dorina und Ronja Klinger. Herzlich willkommen, schön, dass ihr es hier geschafft habt, herzukommen nach so einem anstrengenden Wochenende. Erste Frage gleich mal, wie geht's euch? Also erstens mal danke für die Einladung. Uns geht's gut, wir sind noch ziemlich müde von den ganzen letzten Wochen im ganzen Trubel. Wir hatten schon einige Highlights mit EM, dann kurzfristige Entscheidung für Polen und dann Baden und dann durch die letzten zwei Turniere zweimal die Goldmedaille. War extrem intensiv, aber wir sind einfach sehr, sehr froh und stolz über unsere Leistung und über unsere Performance. Das könnte es ja allemal sein. Dorina, jetzt die Frage an dich, wenn du jetzt Baden für alle Fans, die es jetzt nicht mitbekommen haben sollten, fass Baden in drei knackigen, knackigen Wörtern zusammen. Drei, das wird schwierig, aber geniale Stimmung, super Abkühlung im Bull direkt neben dem Center Court und spitzmäßige Matches. Sehr gut. Und wenn du jetzt deine Partnerin mit drei Worten beschreiben müsstest? Extrem motiviert, super schnell und und Affich. Das waren aber sechs. Affich. Aber ein Affich, ja? Affich. Nicht in drei Wörter zu packen, okay, die Ronja und Tarina. Jetzt mit zweimal Gold im Gepäck. Future Baden ist jetzt schon einmal wieder abgehakt. Jetzt fühlt es mich aber kurz noch letzte Frage zu Baden, zum Future Event. Für uns Normalsterbliche ist ja dann normalerweise nach der Siegerehrung so der Cut und die Kameras werden ausgeschalten. Aber was passiert dann nach diesem Moment? Ihr voller Endorphine, komplett Sekt gebadet auch wahrscheinlich. Was macht ihr dann? Wird ihr noch weiter wild gefeiert oder haut es euch aufs Zimmer und haut es euch erst einmal aufs Ohr und schlaft zur Runde? Also, ich glaube, wir waren nach den sehr intensiven Wochen, also wir haben jetzt, glaube ich, sechs Turniere in knapp acht Wochen, nicht einmal ganz acht Wochen gespielt. Wir waren extrem fertig. Wir sind dann auch mit der Family und Friends essen gegangen, was sehr schön war. Aber wir sind jetzt nicht so die Party-Tiger. Wir waren dann eigentlich gleich mal im Bett und haben versucht, ein bisschen unsere Batterien wieder aufzuladen. Und ja, einfach noch unsere zwei super Goldmedaillen in dem Sinn zu feiern, dass wir wirklich entspannen und das alles noch geschehen lassen. Und das war echt sehr, sehr entspannend. Ja, und du hast es jetzt angesprochen, mit zwei Goldmedaillen geht es eigentlich von Baden wieder zurück nach Baden. Jetzt die Staatsmeisterschaften offiziell 1. bis 3. September. Letztes Jahr war es ja ein extremer Krimi dann im Finale, wenn man sich so ein bisschen zurückerinnert, für alle, die es nicht wissen, gegen Lena und Kathi, also Blesiutschnik und Schützenhöfer im Finale gespielt. Und dann leider in der Dreisatzpartie, dann ist es nur unter Anführungszeichen der Vizest-Staatsmeister-Titel geworden. Was ist jetzt die Prognose und was sind die Erwartungen für dieses Jahr, Ronja? Ja, also für mich ist es so, ich habe in den letzten fünf Jahren, wo ich EMS gespielt habe, dreimal die Silbermedaille geholt. Und ich glaube für mich und für uns ist es das erklärte Ziel, dass wir den Staatsmeister-Titel gemeinsam machen. Es wird natürlich schwierig, vor allem auf Ansage jeder, wir uns schlagen, wir sind wieder einmal die Gejagten. Aber das Gute ist, die Situation kennen wir, haben wir in den letzten zwei Turnieren gehabt. Ich glaube für uns ist wichtig, dass wir uns wieder auf uns besinnen und auf uns fokussieren und auch Spaß haben. Wir haben die letzten Wochen so gekämpft, dass wir uns für die WM qualifizieren, wir haben so gekämpft, dass wir unsere beste Leistung abrufen und ich glaube jetzt bei dem letzten Turnier in unserem ersten Teil der Saison sozusagen geht es darum, dass wir einfach Spaß haben und dass wir das, so wie unser Coach sagen wird, ein bisschen als Celebration-Tournament hernehmen. Celebration-Tournament, wie bereitet man sich da am besten für so ein Celebration-Tournament vor? Feiert man viel oder steht der Beachvolleyball im Fokus? Nein, auf jeden Fall Beachvolleyball. Also wir haben in der Off-Season auch an ein paar Sachen gearbeitet, die wir jetzt auch ausprobieren wollen. Also wirklich, ja, wird man dann eh sehen, aber wir wollen ein paar Sachen probieren, die wir vielleicht noch nicht so gut gefestigt haben, aber die wir jetzt nicht gleich auf der World Tour ausprobieren wollen, sondern vielleicht einmal im nationalen Rahmen und schauen, was so hinhaut und wirklich einfach Spaß haben, unser bestes Volleyball zu sein und das ist wirklich für mich eine Draufgabe von einer grandiosen Saison und sicher wollen wir Staatsmeisterinnen werden. Ich glaube, das weiß jeder, dass wir deshalb dort hinfahren, aber ich glaube, egal was raus schaut, es war eine spitzmäßige Saison, auf die wir wirklich stolz sein können. Das auf alle Fälle. Und könnt ihr uns da jetzt so ein bisschen einen Vorgeschmack geben, weil du gerade gesagt hast, ihr probiert euch neue Sachen aus. Natürlich jetzt nicht für alle Konkurrentinnen, die jetzt da gerade mitschauen sollten, aber was kann man sich dazu darunter vorstellen, was man da Neues ausprobiert? Ja, also ich glaube, auf jeden Fall ein bisschen zweite Bälle. Das haben wir bis jetzt noch nicht so viel in unserem Spiel einbringen können. Die Ronja hat gesagt, sie will mindestens in jedem Spiel mal Jumpsetten. Also, ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, wie das auch geht. Schauen wir mal, wie die anderen Frauen. Schauen wir mal, wie es dann wirklich wird. Aber am Anfang wirklich ein paar lustige Sachen ausprobieren und schauen, ob wir die vielleicht in Zukunft in unserem Spiel mehr implementieren können. Ja, also ich glaube auch, man sieht bei den Schweden und jetzt auch im Herrenbewerb, dass das einfach die Zukunft vom Volleyball ist. Und wir haben das schon ein bisschen geübt. Und ich glaube, es müssen zuerst mal die Basics gefestigt werden, dass man das überhaupt einbringen kann. Ich glaube, wir haben die Saison gesagt, dass wir sehr an unseren Basics und an unserer Konstanz gearbeitet haben. Und ja, wenn wir das einbauen dürfen bei der ÖMS und das einfach mal ausprobieren können, wie das zu unserem Spiel und so passt, dann glaube ich, haben wir schon mal was gewonnen und wieder mal was dazugelernt. Und wer von euch beiden ist, ist das so die Experimentierfreudigere? Oder seid ihr beide sehr offen und sagt, okay, Jumpset, Baggern, Pritschen, egal. Machen wir beides? Also ich glaube, wir sind beide experimentierfreudig und unser Trainer ist dann der, der sagt, was tut. Aber der Sprungset war so unnötig. Also ich bin der Meinung, dass es wichtig ist, einmal Sachen auszuprobieren, die vielleicht ein bisschen absurd sind. Und dann können wir immer noch sagen, okay, nein, das bringt sich nichts oder das passt nicht zu unserem Spielstil. Aber ich glaube, da sind wir wirklich beide offen für die Ideen der anderen. Und ja, also ich bin gespannt, wie wir das ausprobieren können. Ja, wir sind es auf alle Fälle. Also man hat ja auch schon bei der EM so ein bisschen gesehen, dass auch bei den Herren-Teams ja, der Moritz und der Robin da auch schon herumexperimentiert haben. Also ich bin dann gespannt, wie ihr das umsetzt. Und ihr habt das vorhin auch schon angesprochen, eben mit dieser Favoritenrolle, das Team, das es aktuell so zu schlagen gilt. Wer ist neben euch, würdet ihr noch sagen, so ein ganz heißes Anwärter-Team so auf dem Titel? Also ich glaube, ein der Dikati und Franzi. Ja. Die Dikati hat schon, weiß nicht wie, auf den Staatsmeistertitel gewonnen. Die weiß schon, was sie am Kort macht und sie weiß auch, wie man einen Staatsmeistertitel gewinnt. Und zusätzlich sind sie unsere Trainingspartner. Wir haben einen gleichen Coach. Sie wissen genau, was wir machen. Wir wissen genau, was sie machen. Und das vor einem heimischen Publikum, glaube ich, kann ganz, ganz spannend werden. Also ich würde mich auf so ein Finale freuen, weil ich finde, wir sind... Wir zwei sind derzeit die besten Teams in Österreich. Aber ich glaube, es gibt auch junge, aufschreibende Teams, die sich sicher ins Halbfinale kämpfen können. Also da ist auch Lia Berger und Lili Hohenauer, die jetzt bei der EM Silva gemacht haben, U18. Und ja, ich glaube, es werden spannende Spiele. Und ich bin auch wirklich gespannt auf die Leistungen der jungen Teams. Ja, also ich glaube, es gibt mehrere Teams, die wirklich einen guten Tag haben können oder generell auf einem sehr guten Niveau spielen können. Die es vielleicht high on the net gesagt haben oder vielleicht auch schon bewiesen haben, wie bei der U18 EM. Und ich glaube, wie gesagt, wir müssen trotzdem unser bestes Spiel spielen, um einfach bei der ÖMS weit zu kommen. Und ich glaube, wenn wir das so hinbekommen wie letzte Woche in Baden, dann wird es recht gut ausschauen. Ja, das auf alle Fälle. Und dann in Kombination noch mit den neuen Jumpsets, das wäre gefährlich. Vor allem kann man davon profitieren oder eher nicht. Aber Ronny, ich glaube, du hast vor allem schon davon gesprochen, ihr habt ja eine extrem erfolgreiche Saison jetzt auch gehabt. Eben mit der Qualifikation für die WM, worauf wir dann später noch zu sprechen kommen. Wenn man so viel rund um den Globus reist und kommt, was für einen Stellenrang und Bedeutung hat dann eigentlich so ein nationales Turnier noch? Eben jetzt die Staatsmeisterschaften. Und wenn ihr euch jetzt so eure Bucketlist so vorne vorstellt, wie weit oben ist der Staatsmeistertitel da jetzt im Vergleich jetzt zu einem WM- oder Europameistertitel? Also ich finde, du hast auf alle Fälle recht, dass wir sehr viel herumkommen. Nur man muss trotzdem sagen, und das muss man echt mal schätzen, dass die österreichischen Turniere, ob es jetzt eine österreichische Pro Tour ist oder ob es internationale Turniere in Österreich sind, sind extrem gut organisiert und extrem spielerfreundlich. Also ich glaube, es ist einer der spielerfreundlichsten Turniere auf der ganzen World Tour. Die Organisation ist super. Es gibt Verpflegung, es gibt Unterkunft, es gibt richtig gutes Essen, es gibt ein ärztliches und medizinisches Team um dich herum, das sie behandeln kann. Und das ist wirklich ein Privileg, was wir in Österreich haben, weil einfach die ganzen Turniere super toll organisiert sind. Und das schätzen wir sehr. Und ich schätze es auch immer wirklich, wenn ich auf der österreichischen Tour oder ein internationales Turnier auf österreichischem Grund spielen darf, weil ich einfach weiß, man ist rundum besorgt. Man hat eben nicht nur die heimischen Fans, die hinter dir stehen, sondern auch das ganze Rundherum und das ganze Umfeld, was wirklich zu 100% professionell ist, was du sonst nirgends hast. Und deshalb schätze ich das sehr und freue mich immer, dass wir in Österreich spielen. Und zusätzlich, ich glaube, wir sind sehr, wie Sie sagen, Publikumslieblinge und wir performen auch gern vor Publikum und wir genießen das. Und ja, also das gibt es wirklich zu schätzen und ich freue mich aufs Wochenende. Ja, und Dorina, für dich, was ist so der Unterschied jetzt zwischen einem Baden-Turnier, eben Staatsmeisterschaften und einem internationalen Turnier, ob das jetzt in La Paz, Montreal oder weiß ich wo ist? Ja, also ich schätze es auch sehr, daheim spielen zu können. Es ist wirklich unsere ganze Family dabei, sehr viele Freunde. Auch unser ganzer Staff, der nicht überall hin mitkommen kann, weil wir reisen normalerweise nur mit unserem Coach, aber Mentoren, Sportpsychologen, Mentaltrainer, es gehören so viele Leute zu unserem Team dazu. Und dass die das auch mal mitbekommen können und wirklich hautnah dabei sein können, ist schon was ganz Spezielles. Und natürlich Baden ist, weiß ich nicht, eine Dreiviertelstunde weg von Wien, wo wir wohnen. Also es ist wirklich noch Teil unserer Heimat und auch unser Heimverein ist in Baden. Also das macht schon so was ganz Besonderem und wir werden natürlich alles geben, um wieder unsere beste Leistung zu zeigen. Du hast es jetzt angesprochen mit dem Heimatverein, wenn ihr, und auch du, Ronja, hast es auch angesprochen gehabt mit der Besatzung, also wer im Finale dann stehen könnte, jetzt mit der Katja und mit der Franzi. Wie schaut es aus von den Mannschaften her? Gegen wen würdet ihr auf keinen Fall spielen wollen? Eben ist es jetzt ein gefährliches Nachwuchstalente-Duo oder eben dann Franzi und Katja? Oder gibt es überhaupt irgendein Duo, was aktuell sagt, okay, eher der Spielstil schwierig zu adaptieren? Ich glaube, wir haben das ja gelernt mit den letzten Futures, die wir gespielt haben, dass wir vor keinem Angst haben sollen, vor keiner Spielweise, vor keinem Team, obwohl man sich vielleicht jetzt nicht so comfortable fühlt gegen gewisse Teams, weil du weißt, die muss da eigentlich schauen oder die sollte da schauen oder man erwartet von dir, dass du die besiegst oder hoch besiegst. Und ich glaube, dass wir gelernt haben, dass wir einfach unser bestes Volleyball spielen, egal gegen wen wir spielen, weil wir haben schon gegen die Weltbesten hergespielt und wir haben auch schon gegen eben Future-Teams gespielt, die wir eigentlich schlagen sollten. Aber es ist trotzdem immer nur ein Spiel und es kommt trotzdem darauf an, wie gut du deine Leistung abrufen kannst an dem Tag X. Und es kann eben auch passieren, wenn du deine Leistung nicht abrufst, dass du gegen vermeintlich schwächere Teams verlierst. Und ich glaube, wir haben auch erklärt, dass wir uns echt auf uns besinnen und auf uns fokussieren, weil ich glaube, wenn wir unser gutes Beachvolleyball abrufen, wird es für jedes Team schwierig, uns zu schlagen. Aber natürlich, ich finde, man muss vor jedem einzelnen Team, ob das jetzt die Nummer 16 in Österreich ist oder die Nummer 3 in der Welt, einfach Respekt haben und Respekt zeigen und respektvoll mit dem umgehen, weil die machen das auch professionell und die stehen auch nicht umsonst uns gegenüber. Ja, also ich sehe das genauso. Ich glaube, wir müssen uns 100 Prozent auf uns fokussieren und auf unsere Spielweise. Und ja, ich glaube, wir sind sehr gut vorbereitet, auch mit unserem neuen Trainerteam und generell unserem gesamten Team. Die haben uns wirklich für die Momente, sei es die letzten zwei Wochen oder auch die World Tour oder auch die Staatsmeisterschaften vorbereitet. Wir haben uns mental darauf vorbereitet, dass wir jetzt in der Favoritenrolle sind. Das war eigentlich die letzten zwei Turniere oder vor allem das letzte Turnier das erste Mal so. Also sicher eine neue Rolle, wo wir total viel lernen können. Aber ja, ich glaube, wir sind ready und wir müssen einfach nur das abrufen, an dem wir den ganzen Winter und die letzten Jahre gearbeitet haben. Und wir haben jetzt gerade eben vorhin, bevor wir das Interview jetzt gestartet haben, mit dieser Highschool-Musical-Form und Tina kurz gearbeitet, dass wir eben, ich meine, ihr seid nicht nervös, ich bin natürlich hochgradig nervös jetzt. Nein, ich bin aber auch nervös. Ja, super. Aber selbst da, jetzt kann ich mich besser in die Rolle der Gegenspielerin hineinversetzen, weil das Poker-Face ist trotzdem dennoch da. Wie schafft es ihr immer oder was macht ihr vor dem Match, so diese Pre-Game-Routine, dass man wirklich, sage ich mal, diese Scheuklappen schafft und in den Tunnel-Modus kommt? Hat da jeder seine eigene Routine oder habt ihr als Team auch? Also wir machen als Team gemeinsam so ein paar mentale Tricks, um, wie soll ich sagen, um uns selber in und wirklich unser Game-Mode zu bekommen. Und da geht es wirklich, also teilweise ein paar mentale Tricks, dann Musik dazu, die uns wirklich aufpuscht, die uns einfach in eine gute Stimmung bringt. Und ich finde, das Gute ist, dass wir uns gegenseitig haben und wir uns gegenseitig aufbauen können, wenn einer sagt, hey, mir geht es gerade nicht gut, ich brauche wirklich die Unterstützung, bitte kannst du mir in dem Bereich ein bisschen helfen, in dem Bereich ein bisschen helfen. Dass wir uns einfach gegenseitig haben und das Tolle an unserem Team ist, finde ich, dass wir uns einfach sehr gut ausgleichen und kompensieren. Das heißt, wenn der eine was braucht, dann ist der andere einfach da. Und das ist halt das Schöne an so einem Teamsport wie Beachvolleyball. Ja, also das ist genau gleich. Wir haben wirklich unser gemeinsames Ritual, bevor wir zu den Chords fahren, was mir schon mal Sicherheit gibt oder generell die Stimmung sehr positiv macht, auch mit Songs und so. Und dann wirklich am Chord nochmal, dass wir wirklich uns beide haben, abchecken, wie es uns geht, wie es ihr geht, wie es mir gerade geht. Muss ich vielleicht heute ein bisschen mehr die Aktivere, die Lautere sein, weil sie nicht so viel Energie hat oder umgekehrt. Und ich glaube, wenn man da offen damit kommuniziert und das nicht so als Tabu sieht, nein, dann glaubt sie vielleicht, ich bin nicht gut drauf oder so. Also haben wir auch vor Jahren gehabt, einfach ab einem Punkt, an dem wir gearbeitet haben, wo wir einfach offen miteinander kommunizieren und genau wissen, wie es dem anderen geht. Und ich glaube, dann kann man am leichtesten helfen und sich gegenseitig unterstützen. Und das ist sicher ein wichtiger Part. Und ihr seid ja noch einmal in der besonderen Lage, dass ihr generell Schwester, Herz da an eurer Seite steht. Wir haben auch kurz gesprochen bei Queen & King of the Accord in Luxemburg, eben dass es was ganz Besonderes ist, mit der Schwester da am Feld zu stehen. Hat es aber auch schon Momente gegeben, wo es... Du grinst jetzt schon, ich frage mich noch nicht, wo ich mich gestellt. Aber wo es so Momente gegeben hat, eben wo dieser Vorteil dann auch irgendwo so ein kleiner Nachteil war. Oder sagt es jetzt eben, in den letzten Jahren habt ihr wirklich gelernt, okay, mit der Schwester an der Seite kann eigentlich nichts schief gehen. Ihr konzentriert euch auf euch und könnt es mit jedem aufnehmen. Ich glaube, es hat sich sehr gebessert. Natürlich gibt es immer Situationen, vor allem als Schwestern, wo du dir einfach keinen Blatt vor den Mund nimmst. Keine Blatt vor den Mund nimmst. Und wo einfach manchmal was rauskommt. Und der andere nimmt vielleicht persönlicher, als es eigentlich gemeint war. Das passiert natürlich. Und ich finde, das gehört auch zu so einer geschwisterlichen Beziehung dazu. Vor allem, wenn du weißt, du hast ein bisschen Druck. Wenn du weißt, du musst jetzt performen. Wenn du einfach auch ein bisschen Druck verspürst. Aber ich glaube, wir haben uns sehr gebessert. Ich kann mich nur erinnern, als wir 16 waren. Oder ich war 16 und ich erinnere mich, glaube ich, 19. Es war einfach nur so ein Niveauunterschied da, dass einfach der Umgang überhaupt nicht funktioniert hat. Und das ist einfach so ein Punkt, an dem wir so viel gearbeitet haben. Auch mental, dass wir jetzt wissen, okay, wir können uns aufeinander verlassen. Und wir gehen den Weg gemeinsam. Egal, ob was Gutes passiert. Egal, ob was Schlechtes passiert. Und ich glaube, das gibt schon Sicherheit. Weil du einfach wem anvertrauen kannst. Und weil du weißt, der steht hinter dir. Egal, was passiert. Egal, ob in guten oder in schlechten Zeiten. Ja, also ich merke das auch wirklich bei teilweise anderen Nationen, die jedes Jahr ganz wild die Teams durchtauschen. Und du weißt nie, okay, vielleicht hast du ein paar schlechte Turniere und dein Partner spielt mit wem anders und du bist weg. Also ich finde, das ist eigentlich so als Schwester ein Riesenvorteil. Weil wir wissen, wir wollen das nur zusammen machen. Wir sind ein Team und wir wollen unsere Träume gemeinsam realisieren. Und ich finde, es gibt schon extrem Sicherheit, dass du weißt, hey, es werden gute Zeiten kommen, es werden vielleicht schlechte Zeiten kommen. Aber wir halten zusammen und wir gehen gemeinsam den Weg. Okay, also ich wünschte, mein kleiner Bruder würde so eine weise und erwachsene Antwort geben. Aber ich hoffe, die ganzen kleinen Geschwister und auch großen haben da jetzt brav mitgeschrieben. Auf jeden Fall auch, nicht nur rein aufs Beachvolleyball bezogen, kann man sicherlich viel jetzt auch so mitnehmen. Und jetzt so einmal für den Abschluss die Frage bezogen auf die Staatsmeisterschaften. Stellt euch jetzt vor, wir visualisieren das Ganze. Ihr seid jetzt wirklich schon im Finale. Habt ihr den Matchball, vielleicht gegen Kathi und Franzi oder vielleicht gegen jemanden anderen. Und jetzt geht es darum, eine richtig coole Show zu machen. Wärt ihr bereit, einen Skyball zu servieren? Also jetzt Matchball. Und ich glaube, es kommt auf den Stand drauf an. Also ich glaube, wenn es knapp ist, dann wäre ich glaube ich nicht so mutig, dass jetzt ein Skyball, so wie vor allem, weil meine Skyballs richtig schlecht sind. Also die gehen dann meistens in die andere Richtung, über Stadion, aber hinten raus. Das heißt, ich finde meine Skyballs sind ein bisschen besser. Es ist lustig, im Baden beim Semifinale, beim Matchball, ich glaube, da war es so 2014 oder so, also sehr klar, haben wirklich Leute reingeschrieben, Skyballs, Skyballs. Ich habe mich dann leider nicht gebraucht, weil ich mir gedacht habe, nein, wir ziehen das jetzt durch und schauen, dass wir jetzt so schnell wie möglich einfach das Spiel gewinnen. Ich glaube, wenn es wirklich ganz deutlich ist, vielleicht, aber ich würde auch nicht wollen, dass das irgendwie so als quasi disrespektvoll gesehen wird. Also ich glaube, das wäre schon ein Thema, aber ja, vielleicht im Finale vielleicht nicht, aber vielleicht beim anderen Spiel, wenn es gerade passt. Okay, also wir notieren jetzt fürs Finale wahrscheinlich nicht, aber für die Staatsmeisterschaften generell, neben spektakulären Jumpsets, kann man vielleicht den einen oder anderen Skyball vor allem von dir, Torino, jetzt erwarten. Ja, okay, passt. Passt, anmache. Einen für mich, würde mich schon freuen. Richtig cool. Passt. Vielen Dank euch zwei. Danke.